Ein Haus zu bauen ist zeit- und kostenintensiv. Viele zukünftige Immobilienbesitzer entscheiden sich daher für den Kauf einer Gebrauchtimmobilie. Doch auch hier kann die falsche Entscheidung teuer werden. Experten raten, eine Checkliste zu erstellen, um mögliche Stolpersteine gleich bei der Besichtigung aus dem Weg zu räumen. Die Lage ist entscheidend für die Wertentwicklung des Hauses. Hier lohnt es sich, genauer hinzuschauen, wo die Entwicklung der Immobilienpreise hingeht. Oft kann es schon zwischen verschiedenen Stadtteilen Unterschiede geben. Auch die Umgebung ist ausschlaggebend, um sich am Ende zu Hause wohlzufühlen. Deshalb rechtzeitig über mögliche Störfaktoren wie Geruchs- oder Lärmbelästigung durch Landwirtschaft, Industrie und Verkehr zu informieren. Ebenso über die Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten oder die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Für Familien außerdem wichtig, wie ist das Betreuungs- und Schulangebot. Eine intakte Bausubstanz ist das A und O. Notwendige Sanierungen müssen aus dem Kaufpreis rausgerechnet werden. Mögliche Mängel also am besten schon vorab erkennen. Auch den Energieausweis sollten sich Immobilienkäufer immer vorab zeigen lassen. Er gibt Auskunft darüber, ob Heizungsanlage oder Wärmedämmung modernisiert werden müssen. Der Grundbuchauszug verrät zudem, ob auf dem Grundstück eventuell Lasten oder Beschränkungen liegen.